Auch die bauen wir mal hier hin. Und noch einen Container. Hier so. Und wenn wir schon dabei sind, starten. Hier, 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 und hier, und hier, und hier, so. Was macht mein Lieder da gerade? Hat gerade keinen Job, okay. Dann könnte ich ihm ja mal seinen Bookkeeper wenigstens auf Medium stellen, so. Jetzt braucht er nur noch ein besseres Office, okay. Und wir dürfen keine Lederrüstung exportieren, so. Designation Smooth Stone. Dass sein Office noch besser gemacht wird, weil meine Masons, die sind hoffentlich bald mal fertig mit ihrer Arbeit. Ja, der konstruiert die Brücke da. Sehr gut. Das heißt, wir können auch schon mal hier eine Brücke hinbauen, die geht nach hier. Genau. Und auch wieder aus Konglomerat-Blocks. Was sagt meine Ammo eigentlich Stocks? Ammunition. Sieht alles ganz gut aus. Silberbolzen hat eine Menge. Also Munition für den Kampf haben wir auf jeden Fall genug. Und auch Bolzen zum Üben. Sehr gut. Militär ist ja die Ammo eingeteilt, richtig. Combat. Gut. Die sind auch glücklich, dass sie jetzt ordentliche Schlafplätze haben. So. Die beiden können removed werden. Und der Rest sieht eigentlich soweit ganz gut aus. So. Die Brücke ist fertig. Das heißt, Designation. We move upstairs ramps. So. Die da drunter auch. Dann machen wir hier genau zwei Rampen auf jeder Seite. Wo man hoch und runter kann. So. Die restlichen können removed werden. Wie sieht es eigentlich jetzt zur Zeit bei meinem Militär mit dem Schedule aus? Im Augenblick sind sie noch bei Moonstone, beim Trainieren. Okay. Das heißt, meine Miner werden ausgelastet sein. Ja. Die sind damit beschäftigt hier zum Minern. Und dem sollte ich eigentlich auch Priorität geben. Also Designation X. Mach mal bitte das und das weg. Hier wird auch alles freigeschaufelt. Okay. Wenn die Ebene frei ist, haben wir noch eine, zwei, drei, vier, fünf Ebenen. Das ist okay. Das kann wirklich eine Weide dauern. Wie viele Picken haben wir denn? Was sagen die Stocks? Die Spitzhacken fallen ja unter Waffen. Wo liegt denn der? Ach so. Ja, wir könnten den Händlern Sachen klauen. Die wollen ja aber noch nicht gehen. Äh, Stocks. Äh, Weapons. Genau. Bronze, Belex, Silver, Warhammer. Wir haben ein paar Picks, das muss ich schon sagen. Also ein paar Spitzhacken. Vier aus. Vier aus Eisen. Aus Kupfer mehrere. Aus Bronze. Ah ja, die hier gehören alle nicht uns. Das ist eine Copper Pike. Also ja, wir haben ein paar. Gut. Picks haben wir definitiv genug. Dass wenigstens ein paar Miner X-Bow. Ja, X-Bow-Zwerge sich mal ans Minern machen können. Sobald sie ihr Training abgeschlossen haben für den Monat. Und hier können wir mal Türen rein. Äh, und hier oben auch. So, da ist das Ganze nämlich mal abgeschlossen. Die Hallen hier sind alle okay. Ah ja, sie fangen jetzt an. Das heißt, jetzt müssten, glaube ich, hoffentlich mal ein paar mehr X-Bow-Zwerge. Genau, anfangen zu channelen, hoffe ich mal. Was sagt die Brücke hier? Die Brücke ist noch in Construction. Was sagt mein Depot X-Sys? Gut, Depot ist accessible. Ja, stimmt, da war noch was. Also erst einmal wieder Wall bauen. So, die müsste... Zwei müsste reichen. Ja, müsste theoretisch reichen. Aber da ist ja, ähm, was im Weg. Kann ich wenigstens hier schon mal rüber bauen? Das müsste ja reichen, denke ich mal. Ja, reicht auch. Was sagt eigentlich hier der Burggraben? Nee, also hier der Burggraben darf nur eins tief sein, weil sonst flutte ich da alles. Deswegen... Äh, nein. So. Konglomerat Blocks. Und noch mehr Mauer hier drüben. Auch aus Blocks. Und noch ein Stück Mauer hier. Äh, aus was wird die Mauer jetzt gebracht? Äh, X. Setzen wir sie lieber nochmal neu, bevor da ein Fehler kommt. Ja, Konglomerat Blocks. Designation. Chop Down Trees. Der kann meine Gedanken lesen. So. So, die holen fleißig von hier unten Steine. Gut, da wird gesmooft. Wie sieht es mittlerweile bei meinem Nobel aus? Der braucht immer noch ein Descent Office. Der hat immer noch nur ein normales Office, weil wahrscheinlich nicht alles gesmooft ist. Und weil wir noch keine Statuen reingestellt haben. Oh, und Cabinets sollte ich noch weitere aufstellen. Das war Container, Cabinet war F. Weil da sammeln sich schon die Kleidungsstücke von den Zwergen in ihren Zimmern. Wir haben nicht genug Bins. Wurden Bins 20 Stück. Das kann ja nicht wahr sein. Dass wir hier nicht genug Bins haben. Ja, und mit dem Raum bin ich mir immer noch entschlüssig. Eigentlich brauchen wir ja nur den da drüben. Äh, nebenbei. Was sagen die Vorräte? Die sagen, es sieht gut aus. Das da unten ist übrigens unser Essen. Das da oben muss er trinken. Äh. Wie sieht es mit den Animals aus? Es sind noch ein paar Hunde zum Schlachten bereit. Küche sagt, wir haben sehr viel Hund. Und noch ein paar andere Sachen. Die wir verkochen können. Plum Helmets Bomb. Pigtail Seeds. Dimple Cup. Cave Weed. Ne, das können wir nicht verkochen. Aber Wobweed können wir verkochen. Also gucken, gehen wir nochmal vorsichtshalber durch. Pigtail. Äh, Plum Helmets. Ja. Wird nicht verkocht. Pigtail wird nicht verkocht. Dimple Cups brauchen wir zur Zeit nicht. Cave Weed wird nicht verkocht. Sweet Potts nicht. Wognuts nicht. Plum Helmets werden nicht verkocht. Pigtails werden auch nicht verkocht. Und das hier wird auch nicht verkocht. Das Trinken. Genau. Wir haben jetzt nur noch unser zwergisches Standard trinken. Aber sehr wenig Rum. Haben wir so wenig Sweet Potts? Geht eigentlich. Wir haben von allen Vieren ausreichend vorhanden. Gehen wir mal hoch zu den Küchen. Äh, Küchen. Fine Meal. Fine Meal. Food Drink. Food Drink. Okay, die brauchen Plum Helmets Bonds, um Plum Helmets anzubauen. Wir sind aber schon wieder ein Haufen Plum Helmets reif. Plum Helmets, ja. Ich habe auch hier keinen Fehler gemacht, aus Versehen. Show Inventory. Plant Barrel Cave. Weed Pigtail. Ja. Blade Weed. Heid Pots. Sweet Pots. Ist eigentlich alles in Ordnung, soweit. Ja, ich wollte gucken, ob... Will take from everywhere give. From takes only from everywhere. Ne. Gut, das... Hatte ich nämlich schon öfter mal, dass ich aus Versehen bei meinen, äh, Plant Stock Piles nur von links eingegeben habe. Und das... War dann übel. So, jetzt gucken wir mal nach hier oben. Ähm... Hier. Building. Traps Levers. Levers. So, ich habe ja noch genug, zum Glück noch genug Mechanismen, erst fürs Erste. Ich habe noch viel zu viele Hunde. Da steht übrigens auch noch auf dem Plan. Übrigens, ich glaube, ich bekomme zur Zeit keine Migranten mehr. Obwohl, ich müsste jetzt wieder welche bekommen, weil ich unter 100 Zwergen bin. Oh. Liegt da ein... Eine Bronze Pig liegt da. Oh. Okay, ich habe einen Mutzwerg mal wieder. Ist aber gerade nicht so wichtig. Ich will hier channeln.